In den letzten Videos habe ich darüber berichtet, wie wir Fedora installieren können, was es Neues in der aktuellen Fedora 36 Version gibt. Und in diesem Video schauen wir uns auf jeden Fall an, was ich so tue, wenn wir Fedora frisch installiert haben, welche Konfigurationen ich noch vornehme, um Fedora oder für mich zu verbessern. Und wir schauen uns auch noch an, welche Konfigurationen wir machen sollten, damit das Ganze auch ein bisschen flotter läuft. Zuallererst möchte ich in der Grundkonfiguration mir das DNF mal genauer ansehen, Wir haben nämlich bei DNF mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu optimieren. Wir können nämlich bei der DNF einige Konfigurationen durchführen. Dazu wechsle ich einmal in meine Fedora Installation und jetzt ziehen wir hier bei der Fedora Installation. Als allererstes können wir mit man.dnf.conf uns die Konfigurationsmöglichkeiten von DNF ansehen. Und was wir uns auf jeden Fall ansehen werden, wäre zum Beispiel Default Yes. Das können wir hier auf Yes setzen. Standardmäßig ist das auf False und wir können eben, wenn wir gefragt werden nach der Installation mit DNF-Tools, dass das Ganze standardmäßig auf Yes basiert und nicht mehr auf No. Also das setzen wir auf True auf jeden Fall. Dann setzen wir noch den Fastest Mirror auf True und hier können wir eben dann eine Auswahl erhalten, dass er den schnellst verfügbaren Spiegel-Server nimmt, um eben die ganzen Stationen noch schneller zu bewerkstelligen. Dann gibt es noch die Möglichkeit von Max Parallel Download. Die ist auf Default auf 3. In der heutigen Zeit, wenn wir schnelle Internetanwendungen haben, wollen wir vielleicht mehrere Sachen gleichzeitig herunterladen und das Ganze noch ein bisschen performen. Das können wir zum Beispiel auf Maximum C20 stellen. Wir werden das mal auf einen guten Mittelwert stellen von 10. So werden 10 Pakete gleichzeitig heruntergeladen. Also wenn ein Paket mal länger benötigt, dann ist ein anderes Paket schon heruntergeladen und dann beschleunigt das ebenfalls noch ein bisschen. Und dann gehen wir mal direkt in die Konfiguration los. Ich nehme hier mit sudo nano den Nano Editor. Der ist für die meisten am einfachsten zum Händeln. Wir können natürlich auch VI oder FIM nehmen und geben unser sudo Passwort ein. Jetzt sehen wir hier die verschiedenen Einstellungen, die DNF standardmäßig dabei hat. Und dann sagen wir einfach nur hier Fastest Mirror ist gleich True. Und dann sagen wir Max Parallel Download ist gleich 10. Default Yes ist gleich True. Und wir können sagen, okay, behalte den Cache. Keep Cache ist gleich True, dass die Sachen, die zwischengespeichert werden, behalten werden. Und speichern das Ganze ab. Und so hätten wir einmal die DNF-Konfiguration vorgenommen. Als nächstes setze ich dann auch gerne mal den Hostname richtig, weil nach der Installation haben wir einen Hostname, der nur Fedora heißt. Wir können den Hostname natürlich dementsprechend auch ändern, indem wir sagen sudo hostname control set hostname ist gleich. Das ist mein Ryzen Fedora. Und jetzt habe ich meinen Hostname gesetzt und nach jedem Reboot wird das Ganze dann auch geändert werden. Und wir können jetzt auch noch sagen, weil wir die sudo Konfiguration gemacht haben, sudo dnf clean all und sagen sudo dnf update, ob es hier was zum updaten gibt. Jetzt sehen wir hier, werden hier der schnellste Mirror wird ermittelt, 113 Host. Und dann wird das beim erstmaligen Check hier abgespeichert. Die nächste Einstellung oder Konfigurationsmöglichkeit betrifft die Programmpakete. Die können wir natürlich weitaus erweitern als standardmäßig uns Fedora anbietet. Nämlich gibt es das Portal RPM Fusion und diese möchte ich gerne in meine Repositorie mit aufnehmen, damit ich auch das Ganze in der grafischen Umgebung machen kann. Wenn wir uns das Ganze mal ansehen und ich starte hier die Softwareverwaltung, haben wir hier verschiedenste Software natürlich. Suchen wir mal, was wir später installieren werden. Zum Beispiel irgendwas von Gnome, weil wir hier auf der Gnome-Seite sind, können wir hier sehen, oben Fedora RPM, Linux und so weiter. Aber wir haben hier noch Möglichkeiten, das Ganze zu erweitern. Wenn ich auch zum Beispiel suche nach OBS Studio, das fehlt hier komplett. Wenn ich zum Beispiel irgendwas streamen möchte, dann brauche ich zum Beispiel OBS Studio, um einen Livestream zu starten. Wir können zur RPM Fusion Seite wechseln. Ich öffne mal hier meinen Firefox und gehe auf rpmfusion.org und da haben wir die Möglichkeit, RPM Fusion zu aktivieren und implementieren. Das geht natürlich nicht nur für Fedora, sondern für jedes Rated-basierende System. Und wir können dann hier sagen, enable RPM Fusion on your system. Und dann, wenn wir weiter runtergehen, sehen wir hier verschiedene Command-Line-Setups using RPM. Oder wir können das Ganze hier oben die RPMs einzeln herunterladen. Die einfachste Methode ist einfach hier den Befehl eingeben für Fedora mit DNF. Es gibt hier zwei verschiedene Repositories. Einmal das Free Repository mit Open Source Software und einmal das Non-Free mit eben proprietärer Software. Die kann man beide aktivieren, je nachdem, ob man das möchte. Hier sind sie beide in einem Link aufgeführt. Das heißt, wer keine Non-Free-Sachen haben möchte, kann diese hier rausnehmen. Wer darauf weniger wer legt, einfach die ganze Zeile hier rauskopieren. Und dann einfügen in unser Terminal mit gedrückter Shift und Steuerungstaste oder Control-Taste, damit wir keine Formatierung vom Browser mit übernehmen. Jetzt sind wir hier sudo dnf install mirrors rpmfusion. Die RPM-Datei, einmal die Non-Free und einmal die Free. Jetzt sehen wir hier auch automatisch, ist es in Ordnung auf J gestellt. Das ist mit dem Default, die S ist gleich True. Und wir bestätigen das einfach mit Enter. Und jetzt haben wir RPM Fusion auch aktiviert. Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir hier zurück wechseln, noch ein weiteres AppStream Metadata eingeben, damit wir das Ganze auch in GNOME Software und KDE Discovery nutzen können. Das heißt, auch hier sehen wir sudo dnf group update core. Das nehmen wir ebenfalls mit und können das dann hier ebenfalls noch angeben. Und dann schauen wir uns das gleich an. Wir speichern das ab und nehmen die Keys auch mit, die GPG-Keys, werden gespeichert. Und jetzt haben wir das Ganze ebenfalls gespeichert. Schauen wir mal, ob hier schon etwas zu finden gibt oder ob wir das Ganze neu erstarten müssen. Wir sehen auch hier, OBS Studio wird jetzt gefunden. Und wenn wir hier draufklicken, sehen wir auch hier rechts oben von der RPM Fusion Free Abteilung kommt das Ganze. Wenn wir auch zum Beispiel suchen jetzt nach Chrome, finden wir auch den Chromium. Wenn wir draufklicken, sehen wir auch hier Chromium Fusion Free ist hier aktiv. Und so haben wir RPM Fusion aktiviert. Was wir noch machen können ist, vom RPM Fusion herzunehmen, wären verschiedene Codecs. Wer kennt das nicht, man ladet sich irgendwo Internet, im Internet Videodateien runter, Bilddateien runter und so weiter. Und da fehlen dann oft die Codecs, weil manche sind in MPEG 4, H.264, H.265 oder auch in einem dubioseren Format. Und dafür braucht es auch Codecs, auch beim Video und Audio natürlich unterschiedliche Formate. Und auch RPM Fusion hat hier eine ganze Reihe bereitgestellt. Wenn wir uns das nochmal schauen in den Firefox, sehen wir hier Multimedia Post Installation. Und hier haben wir eine große Vielzahl, ein großes Paket an verschiedenen Codecs dabei. Und hier haben wir dann auch zum Beispiel FF MPEG mit dabei. Also hier können wir das Ganze hier ebenfalls herauskopieren für die Compliments Multimedia Package. Und geben das dann Ganze hier nochmal ein in unser Terminal. Und jetzt sehen wir auch hier, da wird eine ganze Liste an Codecs, Libraries installiert. Wir sehen hier FF MPEG, G-Streamer, Pipewire und auch hier unten X.265 zum Beispiel. Die neuen Libraries hier von RPM Fusion werden installiert, von Fedora selbst. Und das ist ein Gesamtpaket. Insgesamt haben wir 125 MB. Wir installieren das ganz einfach und dann sagen wir auch noch Sound und Video hier können wir ebenfalls mit einem Group Update Sound und Video aktivieren und installieren. Das Ganze ist jetzt schon fertig installiert und gehen jetzt hier und sehen hier, ja, das wollen wir ebenfalls, ist fertig. So, rein nur die Gruppe installiert, weil da oben die Zusammenfassung anscheinend schon gemacht hat. Weiteres brauchen wir von RPM Fusion nicht unbedingt. Also hier sind wir jetzt einmal fertig. Was wir noch machen können, um unsere Softwarevielfalt zu erweitern, um unseren Horizont zu erweitern, wären zum Beispiel Flatpacks zu aktivieren über den FlatHub. Und wie funktioniert das Ganze? Das schauen wir uns jetzt an. Wir gehen auf die flatpack.org, Webseite, flatpack.org. Und dort finden sich dann die verschiedenen Flatpacks. Get Setup und je nachdem, welches Distributions-Linux wir verwenden, können wir hier auswählen. Und dann können wir einfach sagen, hier Flatpack, hier Remote Add, if not exist, FlatHub auf das Flatpack Repo. Und aktivieren das Ganze hier. Dazu brauchen wir unser Sudo-Passwort. Und jetzt haben wir hier auch FlatHub aktiviert. Und jetzt wechseln wir mal wieder in unsere Software und suchen hier nochmal nach diversen Tools. Ich suche mal hier nach VLC. Der VLC-Player. Und jetzt sehen wir auch hier Fettower FlatHub Selection von flathub.org. Oder auch zum Beispiel, schauen wir mal den Firefox an. Ist der Firefox jetzt hier direkt als RPM verfügbar, als auch als Flatpack können wir das ebenfalls installieren. Und wir haben hier wieder eine Mehrzahl an Software, die wir jetzt installieren können und erkunden können. Weiters gibt es dann noch Tools wie eben Gnome Tweaks, wo wir das Ganze noch ein bisschen forcieren und verbessern können. Schauen wir mal nach Gnome Tweaks. Sehen wir hier die Gnome Optimierungen, die haben wir vorhin schon gesehen. Jetzt installieren wir uns diese auch. Und was auch noch empfehlenswert ist, sind die Extensions oder Erweiterungen. Die grünen Erweiterungen hier sind das von Gnome Project selbst zum Beispiel, also von den Entwicklern selbst. Und die blauen werden von einem Drittanbieter. Also wir nehmen hier das Originale von den Gnome Entwicklern selbst und öffnen mal die ganzen Erweiterungen. Wir haben jetzt die Möglichkeit eben auch das Applikationsmenü hier anzuzeigen. Hier links oben sehen wir jetzt nur das aktuelle Software. Jetzt sehen wir hier auch die Anwendungen. Wie ein klassisches Menü haben wir das Menü jetzt wieder aktiviert. Background Logo rechts unten können wir hier mit deaktivieren. Mit einem Klick Launcher New Instances und vieles mehr. Also da gibt es hier einiges zu tun. Und schauen wir uns mal die Optimierungs-App an, die wir gerade installiert haben. Die finden wir unter die Hilfsprogramme Optimierung ein. Dort haben wir Möglichkeiten noch weitere Gnome Tools zu aktivieren. Wir empfehlen Gnome Erweiterung vom FlatHub herunterzuladen, wenn ihre Distribution sie nicht erhält. Okay. Und was wir hier gut machen können, wir haben zum Beispiel auch hier natürlich Hintergrund, Ausrichtungen und so weiter. Was mir gut gefällt ist, die obere Leiste aktivieren können. Wir können in der oberen Leiste auch sagen, wir wollen hier noch einen Kalender haben. Wir wollen Sekunden angezeigt haben, hier oben Sekunden, den Wochentag vielleicht auch noch. Und auch den Kalender, wenn wir hier draufklicken, dass wir das Ganze auch mit Kalender sehen oder auch ohne Kalender. Dann können wir auch noch die Schriften anpassen, Startmenü, Tastatur und Maus. Und das Erscheinungsbild natürlich auch etwas überarbeiten. Und bei der Fenster-Titel-Leiste, wir sehen hier oben rechts oben nur ein X. Wenn wir das Ganze noch maximieren und minimieren wollen, ähnlich wie wir es von anderen Betriebssystemen her können, haben wir hier jetzt das Maximieren-Icon oder das Minimieren-Icon ebenfalls in Gnome aktiviert. Als auch ein Mittelklick mit der Maus können wir hier einstellen oder den Kontextklick oder den Doppelklick. Und die Platzierungen von dem rechts oder links lassen sich alles schön anpassen, je nachdem, ob man gewohnt ist, das Ganze rechts auf der Seite zu haben oder auf der linken Seite. Gut, soweit zu diesem Video. Das waren jetzt einige Tweaks, Einstellungen und Tools, die ich gerne vorgestellt habe. Auf natürlich RPM-basierende Funktionen teilweise dabei oder auch GNOME-basierende Funktionen dabei. Aber es sind nützliche Tools, die man auf jeden Fall gebrauchen kann. Und wir haben jetzt viel mehr Software-Auswahl, die wir installieren können über die grafische Oberfläche. Was hältst du davon? Was habe ich vergessen? Lass es mich in den Kommentaren dazu wissen. Gefällt dir dieses Video? Einen Daumen nach oben da. Willst du Teil der Community werden, dann besuche auch unseren Discord-Chat und willst du mehr über Linux erfahren, allgemein als Linux-Systemadministrator arbeiten, dann besuche auch meine Linux-Kurse auf Udemy. Dort findest du die verschiedenen Enterprise-Zertifizierungskursen, Teil 1 bis 3, die dich dann zu einem waschechten Linux-Administrator werden lassen. Gut, soweit von diesem Video. Daumen nach oben nicht vergessen, Abo da lassen, falls du noch nicht getan hast und bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020